Einen herzlichen Gruß aus dem Weingut Elena Walch aus Südtirol. Ich bin Julia Walch und ich begrüße Sie heute aus unserem Gartenbistro hier in Pramin, pünktlich zum Sommerbeginn mit unserem Rosé 2026. Der Wein ist eine wunderbare Cuvée aus Merlot, Lagrain und Pinot Noir und begleitet Sie mit viel Lebendigkeit und Frische durch diese neuen, warmen Monate. Einen herzlichen Gruß in die Schweiz!